hallöchen leute herzlich willkommen wieder bei ARK der survival game und ja heute what the fuck was war das für ein bug woher habe ich es? ne doch das ist kein bug hier sind zwei schickloten ja ok alles laut so was wir wollen unser haus weiter bauen ich kann mich gut erinnern ok ja das wollte ich nicht machen aber ja scheiße geil hab ich gesagt so viel was ist jetzt kurz war leck und 6 zack haben wir wir müssen den haus ein bisschen größer bauen weil ich glaube wenn es größer ist besser als so ein kleiner so was brauchen wir diesmal wir brauchen ok die gut brauchen wir aber die andere brauchen wir dann brauchen wir sehr viel spitzhacker ja genau so rum wir bauen und bauen abbauen abbauen ja das wird auch gebrauchen so wir kloppen den stein wir kloppen den stein wo ich ganz gut singen leck marsch ich glaube sollte super sein ja und ich für duster gleich und ich werde gleich fertig hallo ich hab niemand ich hab ich hab was ich hab das nicht ach du scheiße ich weiß wie das heißt ja ich glaube brauchen sehr viel vielleicht haben wir genügend so der abbau ist so ein bisschen langweilig aber ist so ich denke ich baue nicht richtig langsam bin ich hunger und dusterlich auch dazu ja stein ohne scheiß der fucking stein geben in dieses spiel also ja wir müssen abbauen egal ich hab dos wo sind wie sie deswegen gestrahlt so gut nämlich 9 wenn ich schon gut ja ja toll ich will diese packen jawohl was ist ja wir sind live ab schon ja ich nehme das immer noch was mache ich jetzt diesmal so das habe ich das habe ich eine wichtige wo ist diese wo ist die sache das will ich nicht ist ein bisschen zu früh nein 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 ja da ist das habe ich gesagt und danach das kann ich auch machen gut also noch dach dann haben wir alles diese große wichtige haben schon gemacht so was brauchen wir alle leder ok wie sieht damit aus ziemlich viel die stück hatte ich schon machen eigentlich 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 heißt ich das schauen wir diese zähne ach joo reichmund und jetzt andere sache welche uns nicht so kompliziert und schon wieder stein meine gott wie viele steine hier sind dein fucking ernst so 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 meine fresse der fucking stein geben ja piss bravo also die hier ist verdammt viel dingens stein ist verdammt viel stein ok ok ah ne was nein da ist sie so so hä wo ist die nächste ja muss jetzt zurück wahrscheinlich alles verbrauch schon so 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 und hier haben wir weiter ja so 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 das so 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 langsam sind wir voll glaube ich Oh Ja wir sind wirklich gleich voll Ja können wir jetzt machen Ich glaube 10 sollte reichen Ich glaube das steigt sogar Ne diesmal Ja das steigt sogar Fuck Ja eher so wenig schwer Vier Wie viele habe ich noch? Drei Stück Das ist schon lange am Cross Oh hier erfällt noch Eins Zwei Drei Eins Zwei Drei Vier Eins Zwei Drei Vier Ja vier Wir brauchen noch Alter Endlich danke Oh war der laut Hey wieso Ich verstehe nicht Kann ich noch mehr machen? Ich brauche noch zwei Aber ich verstehe nicht wieso ich bin so schwer Was ist einem so schwer? Äh nein Das ist auch nicht so schwer Das auch Ja toll Jetzt supi Toll Das ist so schwer So wir bauen ab wir bauen ab so so jetzt brauchen wir das wahrscheinlich und dann passt schon glaube ich oh man schon wieder dieser fucking stein ich weiß nicht wieso aber ich wiege sehr viel das fehlt noch ein paar haben wir noch ein paar wir brauchen noch drei stück die bäne von dieser bäne haben wir aber sehr viel so selbst wird ja toll das reicht für drei stück brauchen wir von 60 mal von dieser wood 18 und von der abfeld und brauchen wir noch mehr vom wood brauchen wir 45 minimum so und machen wir sechs haben wir schon ah jo haben wir ja genug schon drei stück so und jetzt habe ich schon eins das das zwei das zwei auch zwei so also leute das sag ich so das war's für die folge wir sehen uns und in nächster folge nächste folge bauen wir abwände und bis nächsten mal tschüss